Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Wie heißt der fünfte Weltmeister der Schachgeschichte? Er regierte von 1935 bis 1937, also nur zwei Jährchen und kommt aus Holland. Sein Name Max Euwe. Ihm zu Ehren zeige ich heute eine wirklich unglaublich geile Partie, denn heute ist sein Ehrentag, sein Geburtstag. Er wurde geboren am 20. Mai 1901, verstarb 80 Jahre später, 1981. Die Partie hat den Namen Die Perle von Sandford. Warum? Ihr werdet es gleich sehen, weil es einfach wirklich eine superschöne Partie ist. Es ist die 26. Partie aus dem WM-Match gegen Alexander Aljechin, dem damaligen amtierenden Weltmeister. Hört sich verrückt an, 26. Partie, ja, die haben damals 30 Partien gespielt um die WM und Max Euwe gewann halt super knapp am Ende. Gehen wir mal in die Partie rein, denn das war eine der letzten Partien dann und auch die Vorentscheidung. D4, E6, C4, F5. Holländische Verteidigung. Aljechin experimentierte damals sehr viel mit holländisch. Genau die Zugfolge bzw. diese Stellung gilt heutzutage als minderwertig aus schwarzer Sicht. Aber gut, die Partie ist lange her, 65, 85, 86 Jahre. G3. Läufer B4 Schach, Läufer D2, Läufer E7 zurück. Schwarz argumentiert, er hat den Läufer nach D2 gelenkt, wo er nicht so gut steht und geht dann dann wieder zurück nach E7. Läufer G2, Springer F6, Springer C3, Rochade, Springer F3, alles normale Züge hier. Heutzutage, denke ich, würde man eher den Stonewall-Aufbau anstreben mit D5 hier, Rochade und dann C6. Allerdings spielte hier Aljechin sehr, sehr gerne diesen Zug hier, Springer E4 in dieser Stellung. Das gilt als fragwürdig, dieser ganze Aufbau. Warum eigentlich? Es öffnet hier so ein bisschen den König. Einerseits dann dieser Läufer ist erstmal eingesperrt. Diese Kette hier ist nicht besonders, die ist eher fragil. Wenn man mit D5 ankommt, kann man diese Kette direkt attackieren und den Punkt E4 kann man auch nicht wirklich stützen. Deswegen eigentlich besser zuerst Stonewall-mäßig. Erstmal D5 und C6 und dann irgendwann Springer E4. Diese sofortige Springer E4 ist sehr wackelig. Nun gut, aber damals wie gesagt lag das alles in den Kinderschuhen. Rochade und Aljechin spielte gerne diese Variante. B6 hier möchte den Läufer entwickeln. Dame C2 attackiert den Springer auf E4. Man hätte ihn auch schon nehmen können. Springer schlicht E4, nehmt Springer E5. Und dieser Bauer hier ist nicht besonders gut. Schwarz hat hier diesen Doppelbauern und strategisch ist das schon sehr, sehr gut für Weiß. Nur egal. Dame C2. Läufer B7. Springer E5. Greift den Springer an und so vertreibt er ihn letztendlich auch. Springer schlicht C3. Läufer schlicht C3. Ganz wichtig, dieses Läufer schlicht B7 hier geht nicht. Ich vermute mal, dass das auch einer der Gründe, warum Aljechin das gespielt hat, weil er war so sehr angelockt von dieser Variante hier. Springer schlicht D2 Schach. König G2. Springer schlicht D4. Angriff auf die Dame. Dame D3. Und jetzt Springer B6. Und das funktioniert alles wunderbar für Schwarz. Springer C6. Und hier sehr stark D schlicht C6. Läufer A8. Dame A8. Und hier steht Schwarz besser. Er hat Springer und zwei Bauern für den Turm. Und Dame D4 geht nicht wegen C5. Schach und die Dame ist weg. Ja. Springer schlicht C3. Läufer schlicht C3. Läufer schlicht G2. König schlicht G2. Es wurden jetzt schon zwei Leichtfiguren getauscht. Dame C8. D5 hier. Typischer Zug, um diese Kette anzugreifen. D6. Springer geht zurück. E5. Immerhin hat Schwarz hier ein schönes Zentrum jetzt. Auch wenn er hier mit Schwächen leben muss. Und der Springer und diese Figuren hier alle noch nicht entwickelt sind. König A1 geht erstmal mit dem König weg. C6. Dame B3. König A8 geht weg mit dem König aus der Diagonale. Man hätte hier auch sowas wie C5 spielen können, denke ich. Euwe gibt an in seinen Analysen F4, E4, Springer E1. Und dann den Springer über G2 nach E3 umgruppieren. Sehr logisch. Aber all die hingingen in die Ecke mit dem König. F4. Typischer Zug. Greift hier den Bauern E5 an und hemmt auch den F-Bauern, den schwarzen. E4. Greift den Springer an. Der geht nach B4. Jetzt C5. Springer C2. Und jetzt wird der Springer auf dieses schöne Feld umgruppiert, wo er den Bauern blockiert, den E-Bauern. Springer D7. Springer E3. So hier, das sieht strategisch schon richtig, richtig gut aus für Weiß. Das ist so eine typische, das kenne ich auch aus der Königsindischen Verteidigung, kann man so eine Struktur erreichen. Häufig allerdings ohne diesen E-Bauern hier. Und der Bauer F5 wird unterminiert, später mit G4. Und dann können wir die G-Linie öffnen und dann wird das sehr schnell gefährlich, auf der G-Linie halt auch. Muss man ein bisschen vorbereiten. Ich habe hier kurz reingeschaut und dachte mir so, Dame E8 sah für mich irgendwie logisch aus, die Dame rüberzubringen. Die Stellung ist tatsächlich auch unklar, sagt die Engine. Stockfisch. Allierchen spielt da aber sehr konkret und sehr direkt Läufer F6 hier. Greift hier den Läufer an. Die Frage ist, kann Weiß hier auf F5 nehmen mit dem Springer? Die Frage ist natürlich, geht natürlich auch an euch und ich würde euch bitten, hier ein bisschen zu rechnen und gucken, ja, geht das oder geht das nicht? Kann ich hier auf F5 nehmen? Ja, die Partie wäre nicht berühmt geworden, hätte Euwe jetzt hier nicht genommen. Springer schlicht F5 ist ein starker Zug. Opfert eine Figur. Läufer schlicht C3. Jetzt ist der Springer auch angegriffen. Aber es kommt die Pointe. Springer schlicht D6. Die Dame geht nach B8. Springer schlicht E4. Und jetzt Läufer F6 zurück. Weiß hat drei Bauern für den Läufer. Das ist ungefähr gleichwertig. Und jetzt bringt Weiß seine Armada zum Laufen. Springer D2 zurück. Macht Platz für den E-Bauern. Und der soll nach E5. Schön nach vorne. Und dann haben wir hier so eine riesen Bauernwand. Die Stellung, also die Analysen, die es dazu gibt zu dieser Partie. Natürlich wurde diese Partie super häufig analysiert. Die alten Analysen stimmen einfach nicht. Und daran merkt man halt auch, wie komplex so eine Stellung ist und auch wie komplex es auch früher war, Partien ohne Computerprogramme zu analysieren. Und ich rede jetzt nicht von 1930. Ich rede von nachfolgenden Generationen in den 90er Jahren, auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch ein jemand wie Kasparov zum Beispiel, der hat das hier nicht ohne Engine letztendlich nicht perfekt analysieren können. Der beste Zug hier für Schwarz in dieser Stellung ist B5. Warum? Ganz einfach. Wir müssen irgendwie die weiße Bauernwand entzweilen. Und auch wenn man einen weiteren Bauern opfert. C schlecht B5 und jetzt hier G5. hinterher. Nee, E4, Schlagen, Schlagen, Läufer D4. Und das ist total unklar hier. Wir schaffen halt, wir, diese, diese Bauern hier werden halt zweigeteilt so ein bisschen, ne? Die Inseln. Also der C-Bau unterstützt diesen D-Bau nicht mehr. Und es kann schnell mal zu einer Geschichte kommen, hier auf dieser Diagonale für Schwarz. Ja, zumal halt auch dieser Läufer jetzt sehr stark ist, greift hier an. Wenn die weiße Dame wegzieht, dann gibt es eventuell Probleme über die B-Linie. B5 war eine sehr starke Idee. Aljechin spielte nicht ähnlich. Er spielte G5. E4, Schlagen, Schlagen auf E4, Läufer D4. E5, logisch. Jetzt hat Weiß diese unglaubliche Armada hier, oder besser, Phalanx, ne? Hier war immer noch B5 der beste Zug. Aber Aljechin sah diese Idee wohl nicht oder zu spät. Er spielte Dame E8. Möchte die Dame umgruppieren zum Königsflügel. Super logisch. Und ab hier ist es halt unfassbar kompliziert. Und natürlich können, kann man hier nicht perfekt spielen, weil es ist wirklich extrem taktisch. E6 von Weiß. Turm G8. Kleiner Trick. Wenn Weiß hier nimmt, dann kommt Dame E2. Und das Matt ist nicht vernünftig abzuwehren hier. Beziehungsweise es hängen dann super viele Figuren. Ne, nach Turm G8 spielte Weiß Springer F3. Dame G6. Droht hier Matt. Turm G1. Springer G5 kann man machen, aber da kommt Springer E5. Deckt dieses Feld hier. Und der Springer ist tabu hier, weil der Springer hängen würde. Super kompliziert. Turm G1 stattdessen. Euwe. Super kreativ. Opfert mal eben den ganzen Turm jetzt. Läufer schlicht G1. Turm schlicht G1. Beziehungsweise er hat erstmal einen Turm weniger. Aber die weißen Bauern sind halt unfassbar weit vorne. Dieser Springer ist angegriffen. Und dieses Dame C3 Schach muss man natürlich auch beachten. Hier wäre jetzt Dame F5 sehr stark gewesen. Mit der Idee, wenn Weiß auf D7 nimmt, dann tauschen wir erstmal den Turm und nehmen auf D7 mit der Dame. Dann hat Weiß Springer und zwei Bauern für den Turm. Aber die Bauernfahrlangs ist zerstört und der Weiße König steht auch sehr offen. Und das hält sich hier die Waage. Also das ist im Gleichgewicht. Stattdessen ging Alljährchen mit der Dame nach F6. Kann ich verstehen, er wollte das Schach hier verhindern. Springer G5. Liebäugelt mit diesem Schach hier. Hier muss unbedingt der schwarze Turm ziehen. Nach G7 oder G6. Turm G6 ist hier der starke Zug. Die Idee dahinter ist, nach Schlagen auf D7. Dame schlicht F4. Dame C3 Schach. König G8. Und hier hält Schwarz super mit, weil er den Springer angreift hier. Es gibt einen Unterschied zu Turm G7. Sehen wir gleich. In der Partie geschah Turm G7. E schlicht D7. Turm schlicht D7. Der Unterschied ist, dass nach Dame schlicht F4 hier, Dame C3, Springer E6 extrem stark ist. In der anderen Variante ist der König ja weggegangen. Und hier ist Springer E6, die Gabel, unglaublich stark. Deswegen muss der Alljährchen hier auf D7 nehmen. Dame E3 geht ins Zentrum. Liebäugelt mit dieser Geschichte hier. Deckt natürlich aber auch den Bauern F4. Es geht hier weiter mit Turm E7, Angriff auf die Dame. Springer E6. Turm F8. Dame E5. Weiß möchte die Damen tauschen. Das ist nicht der beste Zug, aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie die Partie in jeder Einzelheit sezieren, sonst wird es auch ein bisschen zu kompliziert. Dame schlicht D5, F schlicht D5. Ich meine, so vom Gefühl her, denkt man sich, dieser Springer plus diese Bauern hier im Zentrum, das muss ja besser sein als ein Turm, aber tatsächlich nicht. Schwarz hatte hier noch die Möglichkeit auszugleichen. Die Partie wieder. Versucht das mal zu finden hier. Was würdet ihr hier mit Schwarz spielen? Das ist allerdings wirklich sehr, sehr kompliziert. Aljechen spielte Turm F5. Das ist ein Fehler. Schwarz hätte hier auf E6 nehmen können, diesen super Springer zerstören. D schlicht D6. Dann hat Weiß nur diesen Doppelbauern. Und jetzt Turm F5. Euwe gibt in seinen Analysen von damals anders nach Turm E1, König G8, Turm E3, König F8, Turm A3, A5, Turm B3. Nur bis hierhin und dann rechnet er nicht weiter. Hier ist aber ausgeglichen. Das ist natürlich, wie gesagt, heutzutage mit einer Engine sehr schnell, kann man das herausfinden. Und die Engine zeigt 0, 0, 0 an. Und bei 0, 0, 0 weiß man, okay, das ist ausgeglichen. Und zwar Turm schlicht E5, Turm schlicht B6, König E7. Weiß hat zwar momentan zwei Bauern mehr, aber die schwarzen Figuren sind viel aktiver. Der weiße König spielt überhaupt nicht mit und schwarz wird genügend Gegenspiel generieren. Das ist so die grobe Zusammenfassung in diesem Weltspiel. Also Turm schlicht E6 und schwarz hätte sich wehren können. Stattdessen Turm F5. Was heißt wehren? Er hätte dann das Gleichgewicht gehalten. Greift hier den Bauern an. Hier ist Turm G5 sehr stark, um die Türme abzutauschen. Die Pointe ist sehr schön. Turm G5, Springer G5. Und schwarz darf diesen Bauern nicht nehmen, wegen dieser Gabel hier. Aber wenn er den Bauern nicht nimmt, dann ziehen die weißen Bauern einfach ungehindert fort und weiß gewinnt simpel. Statt Turm G5 spielte euer Turm E1. Auch hier. Turm schlicht E6, D schlicht E6, König G8 ist immer noch das Gleiche wie gerade und hält Remi. Aber schwarz spielte hier H6. Springer D8, sehr stark. Dieses Gabelmotiv schon wieder. Schwarz kann nicht zweimal auf E5 nehmen. Turm F2 stattdessen. Der Bauer B2 ist aber total egal. E6, Turm D2, stellt den Turm dahinter. Witzigerweise wurde hier die Partie abgebrochen. Früher gab es sogenannte Hängepartien, wenn der 40. Zug ausgeführt wurde. Das wurde allerdings ungefähr irgendwo in den 90er Jahren abgeschafft mit den Hängepartien. Dann wurde ein Zug aufgeschrieben, gesielt, eingetütet und dann am nächsten Morgen kam der Schiedsrichter und machte das Ding auf oder am nächsten Tag machte das Ding auf und dann wurde der Zug gespielt und die Spieler hatten die Möglichkeit, die Partie zu analysieren. Hier natürlich zu Ungunsten für Aljechin, weil die Stellung ist gewonnen und Euwe hatte mit seinem Team dann genug Zeit, um über Nacht den Gewinn zu analysieren. Springer C6, Turm E8, E7. Wir sehen, der Bauer ist natürlich viel zu weit vorne hier. B5, das kommt jetzt zu spät. Springer D8, er kümmert sich gar nicht mehr darum. König G7, die Idee war Springer F7, Schach und dann Springer D6, den Turm angreifen. Deswegen König G7, aber es kommt jetzt Springer. B7, König F6, Turm E6, Schach, König Dahin, Springer D6, Turm schlicht E7, er probiert noch einen Zug, aber Euwe jetzt hier nimmt gar nicht den Turm, sondern spielt Springer E4 Schach und holt sich den Turm ab und verbleibt am Ende einfach mit einer Figur und zwei Bauern weniger. Ja, wie gesagt, das ist die Perle von Sandford, in die Geschichte eingegangen. Ja, wahrscheinlich, vielleicht die schönste Partie von Max Euwe an sich. Max Euwe selbst war nicht wirklich Schachprofi, der war, ich meine, der war Mathematiker und an der Uni, vielleicht sogar Professor, Doktor, Dr. Max Euwe, nicht Professor, vielleicht auch Professor, ich weiß nicht, hätte ich mal recherchieren können. Anyway, und interessanterweise wurde er später auch Präsident des Weltschachverbandes, irgendwann in den 70ern, 80ern meine ich. Ja, interessante Karriere, interessanter Mann und wie gesagt, der fünfte Schachweltmeister in unserem geliebten Sport. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen, gerne Abo hinterlassen, falls ihr es noch nicht getan habt und gerne auch meinen Zweitkanal abchecken, The Big Greek Gaming and Reactions. Macht's gut, bis dann.